Die Stadt ist jetzt unser Spielplatz, oder ich mach mir hier eine gute Zeit, wie oft ich das jetzt in der Pause gehört habe von denen da unten. Wir hören uns bestimmt gleich wieder, wenn wir nicht gleich schießen. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei The Division. Also hier unten ist dann eher die Unterbrechung des Waffenhandels als Kopfkalt Captain Craig. Das ist dann in der Ecke. Aber jetzt sagen die gar nichts mehr. Bin ich etwas enttäuscht, Spiel? Ich kenne diese Stadt, holen wir uns. Hä, die Stadt holen wir uns, sagt jetzt auf einmal. Davon muss ich mich aber auch erst mal wieder bewegen, damit er wieder was sagt. Na, ich schieße jetzt, sonst wird's mir zu langweilig. Ab so weit können die nicht runterfallen. Sind die noch Kollegen? Ach, na Kämpfer, viel Spaß da. Tja, wie komme ich jetzt hier runter? Hier darf ich nicht runter. Versuche ich es mal mit dem Müllcontainer da. Hier darf ich auch nicht runter. Oh. Hier ist ein Seil. Ich glaube, hier darf ich runter. Ich hätte sogar Fallschaden in Kauf genommen. Aber nein. So, die ersten unterbrochen. Na, wir hatten eine Spitzenposition. Jetzt heißt es aber beteiligen. Wieder da hoch. JTF-Verstärkung anfordert. Komm, ich gehe wieder hier hoch. Warnung, Gegner näher an sich. Hm, schön. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Zinut schmeißen wir das Geschütz runter. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Ja, die Granaten, den Granatenhand soll ich auf jeden Fall erstmal abknoppern. Hier oben haben wir keine Deckung, wenn wir irgendwie Deckung oder an der Deckung vorbeischauen. Vor Position. Aber Deckung, wenn wir schießen wollen, eher mau. Die Naikantung muss ich mich eigentlich nicht rauskönnen, aber jetzt. Die Naikantung ist fast schnutzend, weil die jetzt zu hoch sind. In der Mitte kommt die über dieses Haus hier rein. Dann werde ich ja mal gucken. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Du musst nicht runterfallen. Von wo wollen sie denn kommen? Na, jetzt kommt doch eine hier oben lang. Alle? Das ist doch meine Position. Nee, da unten wird geschossen. Ah, da hinten. Gelber. Das Autowerfen schaffe ich bestimmt nicht, oder? Zum Glück muss ich da nichts beschützen. Sind davon, darf nicht kaputt gehen. So einen gelben haben sie noch. Hauptsache, der kommt hier nicht hoch. Nee, sieht nicht so aus. Nicht hier hochkommen. Ey, was machst du denn da? Rausgucken. Wieder so ein Kreis um sein Symbol. Was heißt das? Ich habe schon dieses Weltrang-Symbol rausgefunden, weil es mir dann erklärt wurde. Aber was wollen die mir in diesem Kreis da sagen? Wo ist denn? Wo ist denn? Oha! Scheiße! Wie hat er mich da noch getroffen? Ich war doch schon in der Ecke. Eigentlich im toten Winkel für ihn. Eieiei, jetzt sind wir wirklich noch gestorben. Ich glaube, es ist rum in eine andere Position. Da kann mir nicht wirklich einer zu nahe kommen, da oben. Aber weiß nicht. War eh unbefriedigend da, von da oben aus zu kämpfen. Kann ich mir gleich erstmal wieder Munition mitnehmen. 300 Meter. Rick Valassie. Blub, blub, blub. Bums. Hallo, herzliche Willis. Gut, dass Sie rennen. Ist doch eine schöne Farbe da im Fenster. Hier braucht jemand Hilfe. Er hat jemand noch nicht verschreckt. Wieder ein Schal. Das klang jetzt, als ob die Ratten so ein Geräusch haben von Winterthermohose. Die Hosenbeine, die einander reiben beim Laufen, Rennen. Das klang gerade so. Was ist da los? Aufstehen. Nein, ich bin an dir vorbeigerannt. Der Lieutenant oder erst mal Kopfgeld? Hm. Wenn ich jetzt schon mal hier stehe, kann ich auf deren Turm jeder Stachel da abschauen. Also die Tür ist offen. Wir könnten rein. Aber hier, hier. Da oben drauf werfen. Das bringt's. Kann ich's da genau drauf werfen. Das wär cool. Haha. Passt auf hier draußen. Da steht ja keiner mehr. Das kann ich. Hi. Mann hat Kugeln im Kopf. Und ich auch. Haha. Gleich. Wir sollen's aber überhaupt nicht wahrnehmen. Soll bitte da drin bleiben, ne? Da oben? Hm. Soll ich ihn davon halten? Oh, oh. Da ist ja eine Schwachstelle. Die kommen ja rein hinten. Toller Stachel. Draht. Und dann das. Ich bin zu nah dran. Wenn die einmal... Oh, 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 vorkommen. Keine Minute nach. Na, komm schon. Nein, die sind noch neben uns. Zieh die Spritzer. Die erste Hilfe. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ich hab Angst um mein Leben. Ist das prächtig? Jetzt kommen sie nicht mehr her. Jetzt sind sie wieder reingetingelt. Kommt vor. Mein Geschütz hat nicht ewig Zeit. Irgendwann geht's wieder schlafen. Komm mal ein Stück näher. Das Geschütz wird beschossen, aber... Wo ist denn hin? Leute, kommt näher. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich will. Wenn sie jetzt gleich wieder angerannt kommen, dann sage ich, ey, bleibt mir da fern. Ich hab wieder Bock verloren. Musik wieder da. Da hinten laufen noch welche, aber hier vorne ist ja auch noch welche. Er schießt, hab ich gehört. Oben ist einer. Das Geschütz ist im Eimer. Ja, es sind grad ganz schön viele, auch für unser Geschütz. Kann ich grad nicht wirklich auch zugreifen auf den Typen? Der hat auch noch nichts von Deckung gehört. Ich brauche euch das nächste Geschütz. Da weiß ich, was der Gelbe gleich macht. Der Eierkopf. Granate? Nein! Okay, keine Granate. Hey, geh weg. Mag dich nicht. Einfach mal dahin. Oh Gott, wenn der an der Seite steht, das ist nicht gut. Gucken, wie lange das Geschütz mitmacht. Ah, der hat schon seinen Schutz verloren. Hä? Hä, ist er wieder despawned? Nur weil ich zu weit weg bin, oder was? Das verstehe ich nicht. Despawned die alle und dann wieder? Das wäre ja kacke. Wenn die mir einfach zu nah kommen, ich muss doch hier irgendwie mal weg. Haben die wieder jetzt volle Energie? Ja, schaut mal. Eins und zwei volle Energie. Sind die Kleinen auch wieder da? Das wäre ja scheiße. Das wäre wieder nicht so gutes Missionsdesign. Ja, die sind alle wieder hinten gespawned. Toll. Fortschritt null. Fortschritt null. Ach nee. Also Ubisoft. Warum kann ich gerade nicht viel machen? Hätten wir jetzt nicht durch Pause machen sollen beim Schießen? Hätten wir jetzt nicht so viele Kunde geschehen. Das Geschütz will nur sehr schwer aufs Auto. Vielleicht doof. Merkt man an seiner Doofheit? Nein, da ist keiner mehr. Die Gelben dürfen halt nicht so weit vorfallen. Irgendlich geschlossen. Yeah, aufgefüllt. Die Waffe zuckelt auch komisch rum. Das ist nicht Streuung. Das ist einfach komisch. Eine Schrottflinte, ne? Der Herr da hinten. Das merkt er auch, dass er beschossen wird. Die sind gerade sehr weit hinten. Die können von hinten gerade sehr wenig anrechnen. Ich habe genug Munition. Jetzt kommt er vor. Das darf er nicht so weit vorkommen. Das nächste Geschütz ist schon wieder bereit. Das ist gut. Mist. Ich stehe aber zu weit weg fürs Geschütz. Und die könnten das Geschütz ärgern. Das würde ich mir wünschen. Die kommen wieder ein Stück näher. Hm. Oh Mann. Ich schütze ihn einmal. Alles leer. Scheiße. War nicht durchdacht. Jetzt habe ich mal der eingesetzt. Nein, muss auch nachher. Sonst war direkt vor uns. So, nicht vergessen. Erste Hilfe ist gerade nicht. Wenn, dann mit geht's. Mal schauen, deine blöde Waffe guckt da aus. Kann ich nicht den Lauf zerschießen, damit er nicht mehr schießen kann? Kann man sein Gewehr zerschießen, weil es kommt immer wieder so ein gelber Treffer. Was? Tata, 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 tata. Hey, wir sind hier drüber. Noch hat er es nicht bemerkt. Schon noch schießt er nicht auf uns. Die Wecker über Treffer. Und. Und. Er lebt noch. Toll. Was ist noch nach ihnen? Nur noch. Mechanics Impact Handschuhe. Scheint nicht schlecht zu sein. Muss man hier noch nachladen? Jetzt kommen wir rein. Ach du Scheiße. Bitte nicht so viele Bunte auf einmal. Bitte nicht so viele Bunte auf einmal. Der Schütze ist scharf. Das stimmt. Kann ich meinem Schütz null helfen? Ich glaube ich gehe hinter das Auto. Ich sterbe dabei nicht. Sehe ich aber nicht, wenn mich einer umläuft. Der Schütze ist gleich wieder bereit. Ah mit Kettwenden, dann mit Kettwenden. Oh ich bin noch drin. Gerade so im Bereich drin. Mit dem LMG. Ich glaube hier kommt einer von links. Wie hier da steht. Ich gehe erstmal die kleinen roten weg. Den gelben kriege ich dann schon hin, wenn er alleine ist. Wenn ich nicht übermütig werde. So haben wir hier noch einen? Ne, sind gerade alle links. Einer kommt vor. Da bin ich sogar auf der gelbe. Da. Da. Ne. So nur noch. Ey, jetzt nicht aus dem Bereich rauslaufen. Komm raus da. Ich schieße nur so halbherzig. Halbherzig aus seiner Deckung. Ich muss sagen, doch. Macht mir Spaß mit der Rundgegnerstufe. Wird es wieder eher so ein Fall von Stellungskampf. Auch wenn die Gegner weiterhin ihre unfaire Spielmechanik drauf haben. Ich renne dir hingegen. Ich halte drei, vier Magazine aus. Und dann komme ich aber mit drei, vier Kollegen an. Und dann siehst du alt aus. Dann gehen wir hoch. Gut. Hm. Ich finde ihn. Position geändert. Dann läuft er auch. Ey, da läuft er aus dem Bereich raus. Wenn der das gleich macht, dann ist er aus dem Spiel raus. Scheiße, er hat noch den Schutz. Oh, nee. Muss ich hinten dran. Dann kriege ich zwar ihn erstmal nicht, aber das geschützt mich auch nicht. Er hat es nicht so mit Schießen. Er hat es nicht so mit Abschießen lassen. Oh. Nein, Reifen musst du dran glauben. Böder Arsch. Ich brauche mal wieder Munition. Ein Geschütz muss bald mal wieder jemand mit 10%iger Chance erledigen. Er weiß aber echt nicht, wo er kämpfen will. Du weißt nicht, auf welcher Seite du kämpfen wirst. Schießt er hin. Gehen wir durchschießen? Nein. So, Schutz hast du gleich nicht mehr. Deinen Beißen da. Ja, ja, ja. Schuss um Schuss. Er schießt auch. Und jetzt fängt er uns dann doch an zu treffen. Ah, wieso trifft er uns nach? Guckt unser Kopf etwa raus? Deutlich besser auf die Distanz. Und tschau. Meine Agnes. Sie war 26 Jahre lang unsere Blockwächterin. Die wäre sehr stolz auf sie gewesen, wie wir das Problem da gelöst haben. Und hier, ich würde sagen, das war gar nicht schlecht. Einsatzleitung. Wir. Einsatzleistungsbehälter. Was war denn das für ein cooler Funkspruch? Schon voll? Dann schauen wir mal da nach. Wir müssen auch da nochmal reinschauen. Das ist also deren Zentrale, das LMB-Symbol. Sieht aus wie so ein ausgelaufener Wildtier-Schädel. Hier drin ist leider nichts, wie es scheint. Die Belohnung liegt da draußen. Die hat er fallen gelassen. Hier ist ein Handy in der Nähe. Ich gehe gleich nochmal in die Richtung. Da war irgendwie ein Handy zu hören. Schlagschutz-Handschuhe. X45 wäre besser, aber ich will die abgesägte Schrottwinde nicht ablegen. Boah, klingt ja cool. Kann man gleich mal alle Reifen treffen. Das ist damit jetzt irgendwo gebimmelt. Ich drehe mal kurz die Kopfhörer laut. Jetzt bitte nicht schreien. Hä, ich habe hier doch ein Handy gehört. Hier ist auf jeden Fall noch wer. Oder waren das die PCs hier? Eine Waffe? Nehmen wir sie mit? Nein. Ja, genau. Ja, ist doch irgendwann ein Handy. Ich gehe jetzt nochmal in die Richtung. Wollte zwar eher das den Waffenhandel da unterbrechen, aber... Hm. Jetzt gucke ich mal kurz hier nach. Die Handys und Laptops sind toller Sammelkram. Ah. Was dach kann man hier noch? Aber da oben wird es bestimmt nicht sein. Ich gucke erst mal hier. Es wird wieder schreit jemand. Die Straße ist wieder besetzt unten. Leider kann ich dich gerade nicht mit der Schriftung der Lady. Hier, da liegt es doch. Auf dem Tisch. Kinas Bericht 3. Ein unbekannter Division-Agent der Ersten Welle erstattet Bericht der Kino der Läden. Fortschrittsbericht. Habe mit mehreren Agenten über den Verrat der Division geredet. Das war nicht einfach bei unserer Zellenstruktur. Ich kannte nur die Agenten meiner Zelle. Einer war kooperativ. Zwei eher nicht. In jedem Krieg gibt es Verluste. Wie gerade wieder gesehen. Aber der eine Kooperative führte mich zu weiteren. Das hat mich ermutigt. Einer von drei. So eine Erfolgsquote hatte ich gar nicht erwartet. Außerdem hat sich eine Verbindung zu Colonel Charles Bliss vom Last Man Battalion aufgetan. Es heißt, er hätte vielleicht ein offenes Ohr. Ich freue mich darauf, es in Beschlag zu nehmen. Hier, die wegrennen. Hierbei. Kann ich von hier die Leute umbringen. Immerhin habe ich unendlich Munition dafür. Guck mal, ich treffe dich. Ja, ich treffe dich. Mit Tausender macht es Schaden. Man kann nicht sagen, es macht nichts, aber es macht fast nichts. Was hat er denn vor? Bleibt er da oben stehen und fühlt sich cool. Und stirbt. Hey, er ist cool gestorben. Wer könnte es von sich behaupten? Schade, er hat wieder Ruhe. Er gibt wieder Ruhe, der Unterhaltungshainz. Na, 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 na. Was hast du denn vor? Ah, war schon richtig. Da ist leider nichts zum explodieren. Satt, 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 satt. Ah, fast immer einmal. Kriege ich die mit der Schrottflinte von hier aus kaputt? Yeah! Scharf schützen, Schrottflinte. Hahaha. Und? Ach, mit allen sechs Waffen bin ich mir umgebracht. Ah, okay. Na, auch schon. Das auf die Entfernung. Nun gut, dann ruhe ich mich erstmal ein klein wenig auf diese Belobigung aus. Auf dieser Belobigung aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.